Ja, meine Freunde und herzlich willkommen bei Minecraft together mit dem Xenox. Guten Morgen meine lieben Damen und Herren, wie geht es dir heute mal wieder? Also mir geht es super. Und euch? Oh, der Socken Otto, hallo. Hallo. Jetzt, äh, nee, sag ich nicht, wie sie es ist. Und dem weltberakanten, superberühmten, alles-wenn-e-schitten, alles-über-perstenden Willen man sich kennt hier Hypergun-95. Ja, genau. Ab hier dann. Ab hier dann, mademoiselle. So, wie heißt nochmal, kennt ihr hier unseren, äh, guten altbekannten, ähm... Adolf? Nein. Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Weil ich hab an genau das gleiche gedacht. Auch so, so, Adolf? Ja. Ja. Egal, wir waren bei dem Thema stehen geblieben. Warte, warte, äh, nicht zu pflastern, nicht zu pflastern, nicht zu pflastern! Zu pflastern. Hier runtergehen. Von da an. Also, Völkern sagen, ich kann hier ja, ja, pflastern. Solange ihr nicht über's Maul anredet, ist alles gut. So, also hier jetzt hin, hier runter. Genau. Wieso willst du so breit runtergehen? Warum? Einfach damit's geil aussieht. So, wir waren bei den ganzen Gekram so von Charlie Hebdo und Franzosen, die's verdient haben und sowas. Genau, und die Deutschen, die auch einen auf die Fresse gekriegt haben, ja gut, nicht wirklich. Aber trotzdem. Ja, doch ein bisschen. Ja, ein bisschen. 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 Ähm, meine Meinung hab ich ja schon groß, nicht so groß dazu gesagt, aber... Ach ja, ich hab übrigens zu Weihnachten mir, äh, Geld gespart und mir einen Fernseher gekauft. So als Anhang zur letzten Folge. Oh. Das war das Secret. Ja, und du hattest da eben was erzählt gehabt, ähm, magst du deine Aufnahme nochmal erzählen? Ja, aber du hast erzählt das mit Stunden lang und so. Ach so, genau. Also die standen, ja, also ich hab das jetzt auch nur so gehört, dass sie irgendwie vier Stunden oder so vor dem Gebäude halt standen und gewartet haben. Ja. Weil sie nicht wussten, ob sie das jetzt durchziehen sollen. Ja, die auch da. Tja. So feige zu sein, dann die ganze Zeit da zu warten, äh, wollen wir das jetzt echt machen? Wahrscheinlich mit Musik auf dem Ohr und so. Nanana, 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 nanana. Ja, ne, die haben bestimmt zu der rote Sandsturm gehört. Und dann, wo wir angefangen haben, heute sich da dran trägt, eine 30 Mann auf 4. Wie im Kriege. Voll den, dem Polizisten zu Boden schießen, da noch hinlaufen und nehmen dann noch so eine Kugel in den Kopf drücken. Das, 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 das da noch nicht so kommt, irgendwie so, die Computerspiele sind schuld. Das hab ich damit, dass wieder eine Welle aus, ohne Spaß, das hab ich mich wirklich gefragt, so. Nichts über Computer? Ne. Ich, bitte nicht. Nichts über Computerspiele machen aggressiv und gewalttätig. Ja, na. Wo lebe ich? Was machst du? Kacke so bei raus, was da jetzt los ist, ey. Ne. Nur wenn die Computerspiele. Das Schlimmste, was ich ja noch finde, ist, ähm, dass hier die meisten, die bei den, bei der IS sind, oder bei denen sind, früher mal, ähm, bei was weiß ich, bei der britischen Army waren, bei der Bundeswehr waren oder was weiß ich. Das finde ich das Schlimmste. Hm. Was, Adolf Hitler ist bei der IS? Bei dem, tss. Oh. Der war aus dem, bei der Wehrmacht, du Vollhorst. Ne, ne, war er gar nicht, beim Kaiserwehr hieß das damals. Wie hieß denn das damals? Ich weiß es gar nicht. Kaiserwehr? Bist du im Kaiserreich oder was? Ja, der Erster Weltkrieg war doch noch... Ach, der ist da. Ich dachte, du redest im Zweiten. Ja, der, denkst du etwa, der hat sich im Zweiten selber auf Schlachtfeld gestellt, du Mops? Irgendwie nenn ich gerade alle Mops. Ja, du leidig. Alle Leute, die mir wichtig sind als Mops. Du Mops, was hast denn hier oben veranstaltet? Hä, mich nennst du nicht Mops, bin ich dir nicht wichtig? Halt's mal, du Köter. Äh. Noch ein Köter und sonst gibt's Möpse, ne? Boah. Such dir aus. Musst du echt mal bringen, wenn eine Frau vor dir steht, boah, sie haben aber schöne Möpse. Ah, ich meine, natürlich, die Hunde. Ich hab Katzen. Das wäre geil nicht. Äh. Dickdäckchen. Nein, nein. Sie haben aber eine schöne Musi. Ja, ja. Ich meine, die Katze, was meinst du denn? Na? Ja, ja. Echt mal Frau und Frau, warum müssen Frauen zu zweideutig sein, ey? Echt mal Frau und Frau und Frau, warum müssen Frauen zu zweideutig sein, ey? So kompliziert. Frau Frauen sind nicht kompliziert. Ich glaub, das ist nicht schlau, dass du jetzt was dazu sagst, Elias. Warum? Achso. Ja, kein Kommentar dazu. Kein Kommentar. Ja. Warum jeder hat sich immer verwechselt. Ja. Du gehst jetzt darauf ein. Scheiß. Nein, 494. Äh, keine Ahnung. Ja, Sport 1 nach 24 Uhr, ne? Nach 23 Uhr. Scheiß. Elias Lieblingszeiten am Fernseher. Ohne Spaß. Also ich weiß, dass es bei Sport 1 nach 0 Uhr anfängt. Hä? Nach 23 Uhr. Nein. Warte, ich guck mal in meiner Fernsehzeitung da. Du hast noch eine Fernsehzeitung? Warte, Patsch, ich mach mal in PCR. Ja, äh, Fernsehzeitung. Und auf das 4. Ja, läuft. Warte, wie spät? Ja, aber wir schon 0 Uhr. Ja, läuft schon. Warte, wo ist mein Trend mit dem Moment? Also bei das 4. kommt's auf ab 0 Uhr, glaub ich. Ich glaub, das kommt sogar bei Super RTL manchmal, oder? Echt jetzt? So, doch. Krass, die armen Kinder. Die werden noch verunsichert. Ja, der runterfiel auch ich. Wo waren das denn nochmal Senderlisten? Das nochmal, äh, tu. Deswegen an alle Eltern da draußen. Lassen Sie ihr Kind niemals um 24 Uhr vor dem Fernseher. BBC, CNN. Ja, da hab ich auch eine Diskussion mit erlebt gehabt. Da war wohl irgendwie Vater oder so mit seinem Kleinen so. Ah, hier. Eurosport. Ich glaub, der war 6 oder so. Und er wollte unbedingt Scary Movie gucken. Der Vater so, nein, du guckst das nicht, du gehst dann ins Bett. Ja, aber ich will doch. Hab ich mir auch nur gedacht, Scary Movie, das ist doch nichts Schlimmes. Vor allem ist es... Was hab ich jetzt angeklickt? Wo ich mich wundere, ist das irgendwie Kinder mit ab 7... Also bei uns sind echt kleine Kiddies, die reden in ner Pause. Oh, große 7 Max. Die sind höchstens in ner 5. Klasse und reden so. Ey, hast du gestern schon bei GTA 350 Leute getötet? Ich hab's. So, weißt du, der denkt mir nur so. Ihr Eltern, ihr habt's gut gemacht. Gibt auch ein Kind mehr Ballerspiele, dann wird's besser das. Mein erstes, mein erstes Ego-Shooter. Natürlich lernte ich den Bokino. Boah, das war Mario. Boah, war ein hartes Schuss. Hey Junge, das sah mir nicht was. Ja, du, Feuer, Feuer, die Feuerblume. Die Feuerblume, aha. Denkst du, Höhe 50 reicht? Ja. Reicht. Reicht, meine Kameraden und Kameradinnen. Es reicht jetzt. Mein Kameraden und Kameradinnen. Nein. Auf Pro 7 Max läuft gerade ein Smackdown. Schaut mir gerade Smackdown an, ja. Ich weiß. Smackdown, guckst du dir an? Keine Ahnung, das sind diese dicken, steroidvoll gepumpten Homos, die sich gegenseitig umhauen. Ja, ja. Ach, guck sie gerade selber an. Ich stehe. Du stehst? Ja, ich stehe. Nee, du sitzt da am PC, oder? Nee, ich hab ein Wasser. Er steht am PC. Genau, ich stehe am PC. Tja, was macht man denn im Stehcafé? Vor allem wenn das Internetcafé ist, hm? Hm? Dann steht man da. Im Café mit einem Stehen. Nooooh. Ich geb dir gleich einen am Stehen. Nee, geb ich dir nicht. mehr er gibt ihn im Stil Armin dies nur im Stil in Marius ihm stehen weiß ich hab jetzt die Nachricht von Elias bekommen welche auch so die eine und die ein die eine und warum läuft Prozent müssen wir schon der Aufnahme wenden mir fällt gerade auf das bei mir nur eine Grafikkarte gerade benutzt wird die Ehre der Schicksal auch so der Leckdauber in den Schuhen ein Wettbewerb so ich bin jetzt noch welche Höhe untergehen sollten Schumann Dienstlehrer ausarbeiten können N Prozent was ist so von Höhe wird sich ja auch mehr sagen oder wo scheiße wo scheiße auf dem Meer aus ja eben ja ihr könnt die Verbindung ruhig zu mir in Bauer nach unten wir wollen ja nur ein Hotelanbindung er ist so die Logik wir laufen die hoch um wieder runter zu laufen ich kann euch sehen Hallo Hallo weil ich darf gerade ein bisschen die Aufnahme schon wieder beenden 10 so also noch ein solches du nicht der der gesagt hat dass durchgängig aufnehmen wollen neun ist worden selbst ein letzter Aufnahme folge irgendwie so dass sie das sollte das durchgängig aufnehmen und meinen lieber alle genau nur so dass immer nur ja meistens so wenn Robin sagt dass du mal kommt aber nie durch nr also nur eine politische Einkommen sprechen ja alle guten Dinger sind drei also wirklich du bist eine Sau Alter Seryl du Seryl du Seryl du kleines Schweinchen warum warum fällt mir genau der Film grad ein warte warte Traumschiff Surprise S er es ist aber war das was nach andere das war nicht schockt doch doch ja doch bald er ist er an auf Deutsch bitte ein 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 ich bin das richtig die ganze Zeit mit dem Handy auf voll ich Polen der oder ein schönes Wünschen zu machen Wünschen ein 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 mit dem städten das heißt aber nicht so ein bisschen abguckt er ist gern feierst hat man da war feiner hat sich da hat sein abbiegt erzelt alt den du auch was ist das so lieb das ist der Exit ich schwein das in die Vergangenheit gereist und so ist das so nicht stimmt das ist die Schwäche am Steuer war ein guter Pilot war ein guter Blow Pilot Mensch wir müssen hier Folge binden nein müssen wir nicht doch weil wir jetzt spenden meine Kameraden und Kameradinnen ach so hast recht wir haben wieder den Timer vor allem ist euch aufgefallen Karotten geben nur noch 1,5 anstatt zwei Hungerkoll Ernsthaft diese scheiß Karotten Microsoft ich wusste ihr macht Minecraft Scheiße Apropos Microsoft da kann ich ja gleich noch fällt mir noch was ein so können wir jetzt alle Lali Lu machen und gegenseitig im Schlaf befummeln mummeln befummeln mummeln ihr liegt zu zweiter im Bett ich würd mal sagen ich bin raus Robin hey danke das weiß ich jetzt ach so aber egal gut ne ich verabschiede mich und schlaff dann heute gleich in der Folge weil dann fängt die neu an ihr schlafen bei mir sind Skelette haha okay also das war's von dieser Folge meine Freunde und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge 169 bis dahin bye bye meine Freunde ich habe euch alle Liebe Tschüssikowski ey Bis zum nächsten Mal.